wer ist denn der schiff ich werde dich nun nach sylton bringen warum ich werde dich nun nach sylton bringen du hämpfling willst mich versklaven ich werde dich zerquetschen du bist klar oder das wollte ich eine kuppel aber ich meine ich glaube dabei bei der f bleibt stein nein ich habe mit ja was jetzt mit dem knüppel vom haus zu ach so die wenig Jetzt hätt ich gemeint, die hauen wenigstens zu. Weg das. Nein, geh mal weg da. Oder hat der eine Säge? Nehmen wir mit. Okay Will, sterf. Mach grad ein Spielchen mit mir. Ja, die zu dippen. Ja, was ist jetzt? Wir sprechen uns noch. Du wirst tun, was ich dir sage. Ich hab ja wohl keine Wahl. Eben. Du wirst mit mir nach Silden kommen. Was immer du sagst. Weg das. Warte mal, mit geh. Ich bring dich weg. Gut. Weg das. Ja, komm schon. Jetzt wird er versklafen, der Hund. Und ich glaub, der Typ muss ihn zu Quartier bringen, oder? Ich mein schon. Das ist ein bisschen verwirrend, gell? Bitte Sklaven. Ich habe einen neuen Mann für dich. Vortrefflich gemacht, mein Freund. Hier. Wir teilen uns den Erlös für den neuen. 300. Und die anderen zwei Lose mitlaufen, gell? Scheißegal. Da bin ich nicht so einsam. Es könnte sein, dass sie sich mal irgendwie umbringen lassen. Warte mal. Da hinten haben wir irgendwo ein Urvieh gehabt. Wo war das? Oder? Wir haben es schon erledigt. Kann das eventuell auch sein. Urvieh, sieht das? Da haben wir es doch. Wollter. Laufend erleben. Sie greifen noch schön. Jawoll. Wollter. 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 Moment, hinten rum. Ja, hopp ich gleich. Ja, sag mal. Wo ist denn der zweite Sklave? Ah, da vorne. Das Problem ist, er greift die Sklave nicht an. Ja, warte mal. Ich erhöhe mir die E.P. P.V.S. 14. Echt das? 500. Oh Gott, jemand schreibt. Aber tut mir leid, ich bin gerade um die Tanne. Ich versuche gerade ein paar Sklaven in den Tod zu treiben. Allerdings ist der erste Versuch gescheitert. Aber warte haben wir noch. So, pass mal herf. Wo war das? Okay, Sklaven. Auf hin, Micky. Brüll. Kräfte ab oben. Dabei, heuer ab. Jetzt kämpft das Urvieh gegen die Sklaven. Jetzt lache ich mich kaputt, wenn sie ihn umbringen. Das war der Typ, die müssen sterben. Was ist eigentlich? Schau dir das an. Ohne Waffen. Und ohne zwei Leben noch. Allerdings hat die Herrschaft schon geschlungen. Das ist schon mal gut. Ja, kommt ein blödes Urvieh. Bring das Sklaven um. Ich möchte die zwei Typen loswerden. Dann sollte sie normal meine Mission erfüllen. Schaut denn aus. Ja, das ist aber was da steckt. Was ist schon ein Teater? Ja, das war sie. Die sind ja beschäftigt. Schaut das. Ja, Freunde, wie schaut denn aus? Haben wir's bald. Gau schön. Der ist fast tot. Den hat er gleich. Ja, komm. Friesen zusammen. Mit Haut und Haaren. Waldbären. Es war der erste. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das funktioniert. Der ist jedenfalls gleich tot. aber jetzt muss ich gleich flüchten die Sklaven sind tot das heißt die andere Quest ist gescheitert wo ich es retten soll aber die andere Quest ist erfüllt wo ich es töten soll das heißt ein Problem weniger jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Brennholz das habe ich auch noch nicht die Werkzeuge jetzt suche ich mal nach den Werkzeugen weil wir gerade in der Gegend sind das ist ja durchgegangen gell Zauberwurzel oh der Wanderer das war mal ein Wandersmann der hat es allerdings nicht da durchgeschafft warum auch immer noch ein paar sagt das die armen Schweine und der hat gesagt irgendwo dabei die Ruinen das Problem ist die Ruinen stehen unter Wasser ja möchte er da nicht raus schwimmen das kannst du vergessen Kumpel hat da oben nichts mehr warte mal nein achso die haben wir schon gebraucht gell da war allerdings noch viel dabei gell das hat so ein Ding dabei gehabt so ein Werkzeug aber ich befürchte da sind nicht mehr dabei oder was du jetzt da ist sie schwimmen ja kann der Hild schwimmen oder schon oder nochmal das kann er ja kann der tauchen ich habe keine Ahnung tja gute Frage gell wer sagt Werkzeuge wo sollen denn die sein ja was ist denn das da ja ich sehe da waren wir noch nicht ein Bison achso ja die tun wir nichts also solange ich ihnen nichts tue aber auch der Lörker der ist fällig wenn ich treffe das ja sag mal das oder was das oder jetzt war nie gestreckt das oder was das war nie gestreckt das war nie gestreckt da war nie gestreckt das war nie gestreckt